Diesmal To-Die-Lauten Opa, Talminonne! Äh, ruhig bleiben! Ich war zufällig gerade in Nachbarschaft und wollte fragen, was geht heute Abend? Manche nicht viel... Vielleicht machen wir uns auch nicht ein Party-Kälter daheim. Ich könnte mal wieder an der Trinkheit... Ich habe Äppeln! Ich mache einen Schoppen! Das klingt schon mal nicht verkehrt... Wasch zu? Ich sage nicht gern... Sei so gut, bring dich mit, äh, da denke ich sagen, wir treffen uns und fern noch sehr viel Offen an der Bushalte von der Katholische Kirche. Alla, bis später dann.